Du kleiner Scheißkerl Sein Hirn ist voller Ideen Sie hat keine echten Freunde Ich bin ziemlich sicher, wir haben genug Benzin, um nach Hause zu kommen Die Arbeit ist praktisch abgeschlossen Die Waren, die letzten Monat aus England bestellt wurden, sind noch nicht angekommen Es gibt in dieser Straße einige alte Häuser Er schickte mir ein Geschenk Wollen Sie es einmal anfassen? Warum trägst du die Sachen? Sein Hirn ist voller Ideen Er schickte mir ein Geschenk Wollen Sie es einmal anfassen? Er schickte mir ein Geschenk Er schickte mir ein Geschenk Also kann ich schickte mir ein Geschenk Was ist für eine Geschenk